Einen muss sterben, und Asiak gibt's die Santermeer. Asiak wird der Blumeneuerdienst geklont. Das hat alles mal mit einem Schlaf angefangen. Ich weiß. Dolly hieß es. Wer? Der Schaf. Welcher Fach? Rimmau Blom. Hä? Ich bin nicht nur gut in den Rogier. Ich bin auch sehr gut in dieser Streitkraft. Das ist mein Kochmann, den brauche ich doch. Dein Koch? Weißt du was dein Koch kann? Kochen kann er nicht. No. Aber dafür kann er gleich richtig doch in der Röhre schauen. Das heißt, durch die Röhre grimme es auch, Kommandant. Interessiert mich nicht. Ich schreibe es auf. Ich kümmere mich vielleicht später. Ich kann nicht schreibe. Hör mal. Wisst ihr, das erinnert mich gerade, als ihr noch über den Mälzer gekocht habt. Richtig. Aber da fangst du schon mit den Blumen aus der Schule. Lass mich lachen. Das war ein Abspeckcamp. Eine Messerschlütze Pfefferzeins. Oh Gott. Unglöd nicht vergessen. Dann sieht das Hüttchen besser aus. Eben. Ihr sollt uns vielleicht zuschauen, während ich rühre. Ja, zeig her. Schau dir rein. Auge vor. Luki, Luki. Ja. So. He he he. Das ist nicht witzig. Jetzt wirst du sehen, fortzüglich, dass du kennst. Was ist das für ein Auge, was hier schwimmt? Was weiß ich vom Kopf. Ah, und das soll ich zu mir nehmen, ja? Da muss Mama zähl sein. Das Teil wird vom Früh lang. Schau bin. Kommandant, ich werde euch die geheime Geheimzutat verraten. Na, dann bin ich mal gespannt, wie gespannt ich bin. Bau, bau. Bau, bau. Tifi, oh Gott. Tifi, wo bist du? Komm zu Mama auf. Wahnsinn. Jetzt haltet ihr euch fest, es ist immer noch ein Asiate drin. Und genauso hässlich wie vorher. Tatatadaaa. Ah, wunderbar. Ja, danke. Ziemlich tier, diese asiatischen Wurschen, ne? Konnte noch. Schuss jetzt mit den Leibereien. Richtig. Käpt'n Kurz, was ist der nächste Wettbewerb?